Wir können noch lauter sein, wir können noch lauter sein. Ich liebe euch! Warte ganz kurz. König der Welt und eine Krone. Sehr schön. Ich will ein Kind! Ja, also ich komme ja kaum zu memorieren hier. Amen! Zu spät! Die hälste Kompe! Hier ist auf jeden Fall eine ausgelassene Stimmung, Leute. Die armen Leute sind seit sechs Stunden unterwegs. Und dafür seit sechs Stunden unterwegs sind wir. Und dafür noch so eine Stimmung. Also da kriegt man aber Applaus Feuer. Also mittlerweile, ich muss kurz mal in die Ecke ist hier. Also mittlerweile werden hier schon die anderen Fans fertig gemacht. Und jetzt ist gerade eine andere Fangruppe vorbeigelaufen und die wurde einfach in Grund und Boden geschrieben. Also die Leute, die hier sind von FFH, die sind einfach geil. Die sind mit dem Bus hier hergekommen, die sind sechs Stunden gefahren und die drehen am Rad. RAPSOL! Also hier, wenn Leicentil gewinnt, ex- jeder von unserer Flasche Assen. Aber ich bin dabei! Das war eine Ansage! Ich bin dabei, komm hier! Wenn RAPSOL gewinnt, schneidet er sich eine Klatze! Yeah! 1, 2, 3! www.rapsol.de Das war fast synchron! Das war fast synchron! Sehr gut! Sehr gut! So, das ist ein Stift drunter, weil ich hebe dir mal auf. Ja, ich hebe dir auf, das ist nämlich meine. Freundlich, ich bin der Star von nebenan. Ich hebe auch mal den Stift auf! Einer der Besten! Und ich hoffe, ihr gebt das Beste und wir machen den Rest! Das ist eine Ansage! Das ist denn das Ansage! Auf jeden Fall! Wir sind hier bei RAPSOL! Hey! Und ihr seid schon gestärkt für heute Abend, ja? Wir sind gestärkt! Sehr gut! Und wir werden euch richtig schön anfeuern! Sehr gut! Auch ein wunderbares T-Shirt hier! Sehr gut! So muss das sein! Ja! Das war es erstmal von meiner Cam hier draußen! Und wir sehen uns dann drinnen! Backstage, damit die anderen Stars daheim schwimmen können! Und dann schlimme Videos von dem ins Internet stelle! Also ich glaub ja, dass man... Für wen sind wir hier? RAPSOL! Wer gewinnt heute hier? RAPSOL! Hallo! Hallo! Ja! Ich glaube ja, dass man... Ja! Aus Hessen! Der Fuß von Hitchen! Also ich glaube, dass man die Kameras auf jeden Fall mit reinnehmen kann! Das ist neu! Das kennst du schon! We will! We will! RAPSOL! RAPSOL! Geil! So! Also... Das kann ja gar nicht schief gehen! Ja! Mit den Leuten hier... Kann eigentlich nichts so passieren! Das ist mein Zimmer! Das ist mein Zimmer! Das sieht bei allen gleich aus! Hier sind irgendwelche Unterschriften an der Schrankwand! Das ist irgendwie so Style! Ist auf jeden Fall ganz schön! Das ist mein Bett! Also nochmal! Diesen Einblick kriegt echt nicht jeder! Den kriegt man echt nur auf einem exklusiven bundeslischen Song Contest Podcast! Wie ihr ja sicherlich schon gemerkt habt, filme ich mich gerne selber! Ich habe das perfektioniert, mit dieser Kamera zu sprechen! Ich bin auch alleine hier im Zimmer! Ich werde langsam schon ein bisschen krank, weil ich immer mit der Kamera reden muss! Aber ist okay! Ich mache es ja für euch! Das ist mein Schreibtisch! Das sind so Sachen, die man so braucht! Hier ist ein bisschen Geld! Telefon! Mein Glücksbringer! Das ist mein Glücksbringer! Batterien für die Kamera! Ah! Hier sind übrigens Ohrhörer drin! Das sieht so aus! Die sind für die Bühne, damit man den Sound gut hören kann! Da ist eine Flasche Wasser! Die ist ziemlich teuer, deswegen habe ich sie nicht aufgemacht! Da sind meine Ohrringe! Das ist die Minibar! Ah! Da fehlt bis jetzt auch nichts, außer eine Flasche Cola! Außer man Cola drunter! Die fehlt da jetzt auf jeden Fall! So! Dann geht es weiter! In mein Badezimmer! Das ist mein Badezimmer! Jetzt kann man mich auch selber mal sehen! Das bin ich in die Kamera! Und an der Stelle bin ich auch jetzt raus! Also haut rein! Das ist mein Badezimmer! Das ist mein Badezimmer! Das ist mein Badezimmer! Untertitelung des ZDF, 2020